Hey Leute, willkommen zurück zu Stranded 2, Extension Mod. Und ja, warum kommt dieser Part ein bisschen später? Weil, ähm, ich hab den schon mal aufgenommen mit nem Kollegen, aber irgendwie hatte da... Also mit nem Gastauftritt, aber irgendwie hatte Fraps abgespackt und... Lustige Grafik-Bugs erzeugt, die das alles nicht wirklich mehr ansehbar machen. Deswegen nehm ich das normal auf. Und ich will hoffen, dass Fraps diesmal alles in Ordnung macht. Aber diesmal ist kein Gast dabei, weil, nun ja... Man hat halt nicht immer Zeit für seine Kollegen, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Was machen wir denn diese Folge? Keine Ahnung. Ich werd jetzt erstmal... Also in diesem Tag werd ich jetzt erstmal ein bisschen noch um die Insel rennen und... Jede Menge Bananen und Kokosnüsse und Schafe töten. Weil, warum? Ihr werdet's gleich sehen. Oder ich erklär's euch jetzt. Denn ich habe jetzt vor, mir den Schmelzofen zu bauen. Oh, scheiße. Und... Mist, die geben gar keine Milch. Egal. Dann kill ich halt keine Viecher. Dann renne ich halt nur um die Insel und so. Oh, Kokosnüsse und Bananen. Ja, weil ich Lust habe, mir mal den Schmelzofen zu bauen, denn... So langsam wird's auch mal Zeit. Das macht nehm... Das Teil macht nämlich um vieles... Das Teil macht alles einfacher. Gott. Ey. Gib mir einen Stein. Gib mir einen Stein. Danke. Und... Ja. Der Schmelzofen ist nützlich. Kokosnüsse und Deppern. Und warum renne ich herum und suche mir Milch? Ja, Milch ist wichtig. Milch und Bananen. Denn Milch und Bananen machen Müdigkeit weg. Und das Buddeln nach Erde, sozusagen, was... Erde brauche ich, um den Schmelzofen zu bauen. Beziehungsweise Lehm, welches in der Erde drin ist. Ähm, ja, brauche ich, um den Schmelzofen zu bauen. Und das ist recht selten eigentlich. Beziehungsweise... Man kriegt nicht immer mit jedem Erdstück ein bisschen Lehm raus. Das ist nicht wirklich möglich. Außer ich hab total viel Glück. Aber auf jeden Fall muss ich mehr Erde finden als Lehm. Ah. Hä? Ein Eingeborener. Was? Was? Bietest du mir Tränke? Achso. Gut, hier kann ich mit Tränke kaufen. Bringt mir nix. Ich hätte lieber auf den Prof gehofft. Ja, der Prof macht einen Raketenwerfer, der ist viel lustiger. Rastet aber auch wesentlich mehr. Ähm, war hier nicht grad nur ein Kraut? War... Ne, da... Ich dachte schon, ich hab ein paar Lust. Ähm... Kraut. Komm her. Ähm, ich sollte mal nach... ...diesem scheiß... ...Bären... ...ähm, nicht Bärenbüsch... Ähm... Ach, scharfer Gegenstand. Ähm... Ich sollte mal nach diesem Kack... Wo ist das Fleisch? Doch nicht da drin, oder? Mist. Ähm... Oh, Kokosnussfleisch macht auch... ...Möglichkeit wecken, Mist. Hab ich gar nicht gewusst. Dann bewahr ich mir das auf. Und das erst mal ein bisschen Bratensfleisch. Da hinten ist ein Löwe. Ähm... Da ist ein Bananenbaum. Und mehr Pflaumen. Scheiße, nicht Baumschütteln. Schüttel, schüttel, schüttel. Wo bin ich? Wo bin ich? Was soll da? Bananenbaum, Bananenbaum. Man sieht die Bananen kaum. Das reimt sich sogar. Keine dritte? Mist. Schmetterling! Oh Gott, meine Stimme war gerade kurz weg. Ähm... Was sind das, was so Zwergenhüfe? Stirb, Schnecke. Oh Gott. Gott. Oh Gott. Große Pilze, ja. Oh Gott. Schmetterling! Stirb! Ich muss ganz schnell ins Wasser. Boah, wie viele Pferde, ey. Für Zeit maß ich, dass ich hier im Haus müsste antieren. Ist das wie immer noch... Boah, er ist fies immer mal hinter mir. Ich drehe durch. Komm her, Schmetterling. Komm. Ach ja, man kann nicht mehr. Wenn man auf dem Wasser ist. Sachen fangen. Alter, das Vieh hat mich wieder gesehen. Boah, war es knapp. Komm, hier. Danke. So. Ich habe schon wieder 4 zu 4 Zeit verstanden. Durchs Blöde herumrennen. Zwergenhüte. Gibt es irgendwo was zu trinken? Ja, da brauchen Löwen. Und da ist ein Kokosnussbaum. Das heißt, ich werde diesen Löwen killen müssen. Stirb, Löwe. Stirb, Löwe. Stirb, Löwe. Stirb! Geht doch, danke. So, das Zeug nehme ich mit von dem. Kann man immer gut gebrauchen, Fälle. Und da sind mehr Kokosnüsse für mich. Ja, Kokosnüsse. Noch mehr Zeug, damit ich Müdigkeit wegmachen kann. Komm her! Schieße ich dich halt runter. Was zur Hölle? Noch einen Schuss. Nee, jetzt ist sie kaputt. Toll. Normalerweise kann man die runterschießen. Ohne, dass sie kaputt gehen. Feuersteine. Pilze. Weiß ich mal ein paar von. Schmetterlingen. Mal wissen, sonst kann ich hier auf Schmetterlinge wieder aufstocken. Gummibären. Cool. Ja, Gummibären. Ja, man müsste eigentlich wissen, was Gummibären machen. Die lassen einen höher springen. Bzw. Nur wenn sie in einem Trank sind. Sonst haben sie nicht wirklich eine große Wirkung. Komm her, Banane. Komm her, Banane. Komm her. Komm her. Ach, schüttel ich den Baum halt ein bisschen. Fallt runter. Es dauert immer ein bisschen, bis die dann runterfallen. Na komm, jetzt wird's lächerlich. Hallo? Krieg ich jetzt die Banane? Nein, natürlich nicht. Kann ich die Wiesnens runterschießen? Ja, die kann ich runterschießen. Die auch? Ja, cool. Und jetzt muss ich ganz schnell nach Hause. Ähm. Ah, noch mehr Bananen. Krieg ich die wenigstens so? Ja, die krieg ich so und die. Äh, Mist. Ne, die krieg ich nicht so. Bananen, ja. Kokosnuch. Ne, die brauch ich erstmal nicht. Kakaofrüchte. Schmetterling, trinken. Schmetterling. Ja, ich brauch Schmetterlinge. Schmetterlinge sind immer gut. Ähm, ja. Kann sein, dass ich grad ein bisschen zu ruhig war. Hab ich jetzt erst bemerkt. Sorry, Leute. Ähm. Bananen und Kokosnüsse. Ähm, komm her. Nein, ich baum schütteln. Ja, sie ist runtergefallen. Okay, die Kokosnüsse sehe ich nicht mehr. Ne, die sehe ich nicht mehr. Wo bin ich überhaupt? Wo ist überhaupt meine Karte? Die hab ich natürlich abgelegt. Was für ein Honk bin ich denn? Hier ist auch noch ein Kokosnussbaum. Oh Gott. Äh. Ich hätte meine Karte... Ich hätte gucken sollen, ob ich meine Karten dabei hab. Ich müsste aber gleich wieder da sein. Schmetterling? Schmetterling! Mist. Kakaobaum oder sowas. Da hinten ist ein... Da hinten, ja. Geschafft. Ich habe mein Lager gefunden. Ich esse noch ein bisschen. Sonst dappere ich hier noch schnell die Kokosnuss. Ich hab mit mehr Kokosnussen gerechnet eigentlich. Kokosnussen. Kokosnüssen. Oh Gott. Schon 23 Uhr. Schnell. Schnell. Hmm. Tschüss.